Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu CastleStory. Ja, irgendwie wollen die Leute gerade nicht. Ah doch, jetzt bewegen sie sich wieder alle. Hoff ich doch mal. Ah, wollt ihr hier oben gerade keine Bäume fällen, oder ist das das Problem? Ah doch, sie fällen wieder. Gut. Ja, das Thema auch geklärt. Das hier wird halt noch lustig, wieder mit den Treppen. Wobei ich teilweise nicht verstehe, warum die wegbrechen. Ah, die Bricktrots sollen ja die Treppen nicht weghauen, jedenfalls nicht alle. Und Holz, Holz, ja, Holz wieder für die leeren Bestie, da unten. Und einfach nur Holz ins Meer. Wobei wir ja gerade nicht erkennen können, ob da... Aber eigentlich sollte da unten Wasser sein. Genau, und Holz. Sehr viel Holz. Sehr viel Holz. Sehr großz paste ich mich auf dasselberst. Der Teil ist fertig, das heißt nur die hinteren beiden und hier sind schon Lücken gefüllt worden. Ist irgendwie interessant, dass sie immer solche Winkel gebaut haben hier. Ja. 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 Aber ja, das Holzfähen hier klappt ganz gut. Also wir kommen gerade so hinterher, hinter dem Verbauen des Holzes. Unsere Holzfäher sammeln noch fleißig das Holz ein und bringen es zum Lager. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Fünf Bäume haben wir noch hier oben, aber erstmal müssen die Stämme abtransportiert werden. Ja, läuft. Wie viele haben wir hier noch? Fast 700 Blöcke, die auch noch aufgestellt werden wollen. Das sind noch über 200 Baumstämme. Wo kriege ich die hin? Entweder das oder da wird ziemlich komisch gerechnet. Und er macht wieder einen Stammabflug. Wieder zwei. Du rollst zum Glück in die andere Richtung. So, das heißt, ihr werdet mal wieder zum Aufräumen verdonnert. Hier oben ist kein Holz mehr. So, das heißt, ihr werdet mal wieder. Und ja, ich glaube, hier hätte ich da noch welche hinpacken können. Habe ich nur leider nicht. Mal abwarten. Ja, es muss erst mal das ganze Holz hier verarbeitet werden. Was wir noch haben, dann tragen die da noch die. Na, ein paar Schichten müssen sie abtragen. So, das heißt, ihr werdet mal wieder. Das ist lustig, wie er, wie Gong da mit dem, äh, Stammkopf steht. So, jetzt hat er endlich abgeben können. Oh, und hier ist schon nichts mehr, was wir wegschaffen können. So, dann schafft man hier weg. So, dann schwarzen wir ihn nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt fangen sie an, hier neben dem Stockpile hinzuwerfen, weil sie keine Lust haben. So, in der Zwischenzeit kann ich ja... Hier so groß es geht. Wollen wir aufziehen? Hier. 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 Jetzt... Hier. ich will mich veralpern ok ich errichte gleich einen neuen wenn ich euch hier rüber verschoben habe ach ja das kann auch weg ok ja das ist die frage wie tief brauchen wir es ja bis hierhin keinerlei zeug abbauen ja so da geht ihr mal da an die arbeit das bisschen holz werden unsere beiden holzfelder auch alleine erst mal hinkriegen liegt ja eh nur noch ein stamm dort so 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 ja die ersten stümpfe fallen schon da liegt noch ein stamm herum wir holen unsere holzfelder jetzt jetzt kommen sie hier hoch die stelle holen so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Da graben sie sich untereinander die Blöcke weg Und ja, sie machen es hier auch wieder, dass sie erst Die Blöcke unter den Stümpfen als letztes nehmen Die Blöcke untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Blöcke untertitelung des ZDF, 2020